Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Multiplayer Battlefield 3. Diesmal endlich zu viert mit allen Soldaten, sag ich jetzt einfach mal. Und zwar, sag ich die mal jetzt einzeln hier. Einmal haben wir hier den total kranken, verschnupften Fabi aka Astrogurge. Es war ja klar, dass sowas kommt, servus. Und da huschst du ja gleich und zieht sich gleich die Nase. Dann haben wir noch einmal den AllRampage aka A.Mardin. Ja, servus. Und endlich dabei der Simon aka Bunterabt oder Anastrom, ja egal. Wie auch immer, ja. Der ja gleich hier unser bester Spieler ist. Zumindest lautem Rang. Ja, wir spielen heute Squad Deathmatch. Also ihr kommt jetzt mal auf Team Team Spiel an. Und ja, da dreh dich doch schon mal bei. Da ist einer. Also einfach auf alles schießen, was nicht grün ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Klingt easy. So, wir sind aber noch hinten drin. Wir sind ein bisschen hinten dran gejoint. Die anderen haben schon ein paar Punkte. Achso, da kommt einer von hinten oder ein 3 oder was weiß ich nicht wie sie ist. Oh ja, da kommt das hier echt Alzer. Ja, da haben wir uns gleich aufgerieben. So, und jetzt... Und welchen müssen wir halt immer hier zusammen den Kontakt geben. Ja, kommen wir zum Martin. Wir scheuen einfach immer im Rundeamt. Unsere Squad Leader. Ah, ich kann gar keine Befehle geben. Gar keine Sonderpunkte hier. Ja. Das haben wir ja hier, das Voice Tool. Ich kann schon darüber beselig geben. Da ist schon mal keiner. Doch, da ist einer. Ne, doch. Boah, wir können schon wie Granaten. Boah, was? Wie schnell bitte? Ja, lass. Boah, ich will den hier retten. Sorry, sorry, sorry. Manche wirft mal. Hab ich nicht schon mal da drin? Ja, ich wurde da irgendwie blöd geblockt vom... Ja. Schade. Ich hab dreimal gedrückt und beim dritten Mal hat es erst funktioniert. Das ist dann doof. Gucken wir mal, was die Astro-Bow hier noch macht. Aber ich brauch ewig zum Respawn. Ja, das ist doch. Wenn wir da reinkommen in das Spiel. So, dann kommen wir mal Fabian. Oh, die haben ein Fahrzeug. Fabian, hast du Raketenwerfer? Ja, ich hab ne Javelin dabei. Ja, lass zusammenbleiben, Jungs. Deiner. Oh, das Fahrzeug. Oh, so, bei mir. Da sind noch vier. Oh, rechts. Oh, nein, ey. Oh, ich hab kein Muni mehr gehabt. So eine Scheiße. Oh, von vorne. Der Durchgang ist ein bisschen blöd. Ja, da können wir umkreist werden. So, ich bin jetzt auch mal ne andere Klasse hier. Gut. Gehen wir da lang? Gehen wir das immer alle zusammen? Oh, halt mal hier. Hier rennt immer jemand gleich vor mich, sollte jemand angst. Ja, ich glaub da rechts sind ganz viele. Ja. 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 Okay, vorsichtig. Noch einer. Granate geworfen. Ah, Mann. Simon hat mich zurückgeholt. Von hinten, von hinten, von hinten. Oh, ich sehe den nicht. Ich bin verengst, da. Oh, ne ganz grobe für mich. Boah, ich hab keine Muniz die ganze Zeit am Nachladen gewesen. Ich kam jetzt von vorne und hinten. Ja, ja. Das ist doof. Das ist schwer. Ich sehe halt der eine Squad alle halt Sturmsoldat spielen. Ja. Ja klar, dann holen sie sich halt immer wieder. Wir können mal das Fahrzeug versuchen zu bekommen. Schauen wir auch gar keine schlechte Idee, da müssen wir eigentlich hinten rum, oder? Wir liegen hier richtig gut zurück, merke ich gerade. Ja, die hatten am Anfang auch den 10-Punkte-Vorsprung, aber ja, wir... Ja, das war jetzt hier ungefähr 20-Rückstand. Ja, kommt das? Ja, ist auf dem Feuer. Ja, das Satz-Waffe kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich. Ja, durch die DLCs halt. Ja. Ja, das ist ein schwerer Fahrzeug, auf jeden Fall. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht dahin. Von hinten, von hinten aufpassen. Kommt fort. Boah. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich hab voll auf den geballert. War das nicht zu viel? Wie sie halt immer auf einem Flick stehen, die vier, ey. Okay, ich glaub, ich bin beim Fahrzeug. Ja, ja. Nehmen, da können wir nämlich zu viert rein. Will jemand fahren, weil ich bin ich ja nicht der... Ja, ich fahr. Ich hab die Side-Wat-Kanone. Ah, jetzt weiß ich, warum es gesetzt fährt. Ja, das hat jeder eine Kanone, im Normalfall. Okay. Das Text hat keine Kanone. So. Ich hab' gebraucht, ne? Na ja, dann ist Schitz da, ja. So. Gucken, wo wir denn hinkommen. Weil leider ist das Händnis nicht so offen. Na, da kommen wir nicht durch. Ich glaub nicht. Durchs andere Öffnung kommst du immer. Alles klar. Aber dann sind wir halt leichtes Ziel. Ach, wir da waren aber nicht alle Sturmsoldaten spielen, zum Beispiel, ich dick. Aber eh. Ich bin glücklich, dass da kein Pionier darunter ist. Sichern. Das tut gar nichts. Ja, baller dir mal. Nee. Da komm, komm ich auf der anderen Seite durch, wahrscheinlich auch nicht, oder? Gleiches Schlam hier am Fahrzeug, oder? Nach hinten? Kann jemand nach hinten überhaupt gucken? Nee, nee, ich bin grad, ich steh grad von der Mauer, ich zieh gar nichts. Ja, ich kann nach hinten hingucken. Guck mal. Kann man Position wechseln? Ah, auf F5 ist, ich glaub hinten. Ich bin dann hinten. Und was ist dann F6 für eine Position? Keine Ahnung. Also ich guck auf jeden Fall nach hinten. Ich zieh gar nichts. Ja. Nach hinten geht die Purschnapp nicht. Ich zieh' ich mal aussteigen, als man noch mal aufzuguckt. Ich glaub, dem geht... Du das nicht! Trefft ihr überhaupt jemand? Ja, ich hab einen. Hm? Ich bin geklickt worden. Ich bin geklickt worden. Ah, ich glaub, das ist verboten mit dem Fahrzeug. Ah, okay. Das kann natürlich sein. Gut, dass ich nicht gekillt hab. Ja, jetzt steht noch das scheiß Fahrzeug hier am Weg. Ja, macht nix, seit Kopf in der Keine. Sollte dahinter weg. Nicht einsteigen und aussteigen hier? Ah, ja. Sehr schön. Stand endlich beim Eingang, no rules? Oder war das der andere Sörer? No Vehicle steht da jetzt grad. Sorry, es ist dreimal ins Vehicle verbinden. Jetzt wissen wir es auch. Ach, ich hab zwei Kicks. Hinter, wow, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, ja. Oh, jetzt hat er mich. Hinter uns, äh, ganzer Squad. Ich seh den grad nicht. Wow. Ja, das sind so viele Granaten. Ich hab mir irgendwie das Gefühl, dass die ganzen Squads gegen uns spielen. Das kann nicht gut sein. Ich bin wieder drin, ich bin nur wieder am Squad. Ich bin jetzt aber ganz hinten, das ist ein bisschen gemein. Ich hab meine ganzen Punkte verloren. Ja, wir sind hier allgemein ziemlich weit hinten, also. Ja, ja, okay. Ah, da ist ein Fenster. Ja, aber gut geputzt. Gar nichts gemerkt. Ich hab grad gedacht, äh, wieso kommt man da nicht raus? Ja, ja, ich hab die ganze Seite, der blockt mich hier. Ja. Nichts. Ist was los? Ja, auch was. Wir sind im Gange, Alter. Ich denke immer, wer macht denn da Teamkills? Ja, aber... Natürlich jeder feindlich. War da, ist einer reingerannt, oder? Hab ihn. Gibt's. Oh, ich hab sogar ein Gewiff erwischt mit der Granate, fällt mir gerade auf. Ich würd sagen, wir gehen weiter, oder? Hier sind wir ein bisschen gut hier. Ja, an der Meter steht's aber auch nicht so, die sind da. Ja, oder? Ja, sehr schön. Hier noch. Ich glaub, von hinten könnte's halt auch gefährlich werden, da von unten, Arsch. Da kommt was von hinten, Abkirchen. Ach, das hinten. Okay. Ja, es gibt 100 hinten hier. Warte, ich geh mal... Ich dachte jetzt, wo wir hergekommen sind, kann ich ihn mal wiederholen? Wow, wein, Granate, Granate! Yes, yes, yes. Ah, tss. Wir dürfen, glaub ich, nicht so lange auf einem Fleck bleiben, weil dann sind wir... Hat mich irgendjemand von der Tür weggeblockt? Ja, das war ich. Es tut mir leid, aber ich muss selber rein. Ah, da sind auf jeden Fall ganzer Stort da. Komm, lass hier oben rum weiter, Jungs. Ja, warte, geht ja mal weiter, vielleicht folgen die euch. Ja, die sehen uns auch gar nicht. Ja, komm, der... Nicht hier Zweiergrüppchen machen. Nein, nein, ich wollte nur gucken, ob da... Martin folgen kann, für den Beste links. Ja, das schon, aber... Ich glaub, wir... Nur halt mal... ...die da wegkriegen. Vielleicht könnt ihr außenrum, ja, genau, kräftige Flüten an, wir halten hier so ein bisschen. Ich seh die noch nicht. Doch, da hinten. Sind... Einen hab ich... Einer ist ganz links, war wie so in der Ecke reingelaufen. Ach, dass die jetzt gleich von hinten kommen. Wo, von wo? Hä, das war doch ihr jetzt gerade... Ah, nee. Lol. Ich dachte gerade, ihr seid das, wo ihr stehen, nicht rennt wollen ins Ordnerfeuer. Ja, Stroh kämpft sich alleine hier. Durch. Ja, hier, scheiß Positionen, die kriegen wir da nie weg, so. Ja, das ist richtig. Cool, shoot. Ja, das ist jetzt so gefährlich. Wir gehen direkt irgendwo vor im Gang, oder wir gehen zurück außenrum. Ja, lass zurück hier, ne? Ich weiß nicht, da vorne durch den Gang ist das schon gefährlich. Granate! Na komm, lass hier zurück. Außenrum, alles klar. Ja, das ist der ganze Kampf hier auf diese mittlere Ding verlegt. Die Russen kommen, sagt der hier. Okay, jetzt stehen wir gleich am Zellpunkt. In der Mitte sind auch einige. Ja, wir haben ja beim nächsten Mal die Deckung durch die Treppe. Ja, das stimmt nicht. Oh, hat er gestirbt. Und wo ist er denn? Okay, jetzt nicht nachlassen, vorwärts! Korpusen lassen, keine Ahnung, es unterwegs! Nee, der MG-Tipp ist da total scheiße. Ja gut, aber der hat ja noch andere Waffen als die MG's, oder? Ja, es gibt ja noch kleinere MG's, wo du uns nicht unbedingt hinlegen musst. Und ich hab glaub' kaum noch Munition. Ich glaub' ich stell' hier gleich auf Einzelschiss. Ich hab' jetzt auch schon auf Feuerstoß umgestellt. Feuerstoß finde ich nicht so geil. Das kann man auch selber regeln. Wow! Was geht? Der hat mich wohl gesehen, nicht ihnig. Ich nehm' mal ne Granate. Ich geh' mal mit dem Fabian mit. Ja, ich sohne hier mal Deckung zu allen, aber ich glaub' halt nicht mehr zu kommen. Komm, Fabian, von hinten, von hinten, von hinten. Da hab' ich gerade welche gesehen. Glaub' ich. Ich seh' den. Geh' der dir hinten. Da, verdammt. Ja, ja. Jetzt bin ich weg. Ja, von allem. Ja, eben so lang dürfen wir ja auch nicht in einer Position bleiben, glaub' ich. Oder wir müssen halt alle Richtungen abdecken. Anders geht das halt nicht. Zieh' mir mal eine andere Waffe. So. Oh. Ah, hier stehen die ganzen Leute. Ich steh' einfach reden und seh' da ein paar Leute stehen. Wir sind jetzt rausgerannt. Ich. Ich muss in den Nahkampf. Ich hab' ne Shotgun. Ja, Mann. So offene Feld muss ich auch nicht ran. Und da hat er scheiße. Ah, keiner mehr. Nur noch der eine. Die anderen sind das Profi. Ja, aber von der anderen Seite sind auch noch welche. Rechts. Nichts. Ah, da hat er mich. Ja, irgendwie kann ich gar nicht aufstehen. Obwohl du mich zurückgeholt hast. Auch ein bisschen scheiße. Ach, gar nicht beim Simon rein, ja. Da haben wir schon aber gedacht, dass das passiert. Ich muss den Schalldämpfer noch wegmachen. Das ist so blöd. Sicher gar keinen mehr. Bisschen vor. Sich verlagert, glaub ich. Ich muss de ganze Zeit's Mikro leiser machen, weil ich de ganze Zeit mies und pusht und zum Schluss. Mach's einfach aus. Ja, mach einfach ganz aus. Ich will dich keiner hören. jetzt haben wir uns ziemlich arg verteilt von hinten kommen die ich stehe jetzt richtig scheiße dann komme ich mal nicht zu dir rein kann schon noch bin ich dort auch verdammt wie viel das sind und da kommen jetzt richtig viel oh shit das falsche visier drauf gemacht die stehen da stehen von rechts hat noch angeschossen aber nicht gereicht gehe ich mal zur burke hier zur Niesgurke könntest du dich jetzt auch nennen als 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 nickname sehr kreativ die Niesgurke ja boah ich lieg ich bin da das ist schön was ich bin da ich bin da ich bin da stark ja schon aber ordentliche distanz wird auch genau sein ein schuss der erste scheinlich ja ja ach ich krieg den da hat er an der claymore platziert das dürfte martin gewesen sein jr an der treppe kann aber o müssen mit abstandig schlecht sehr schön ich bin nicht gestorben da er hat er verloren ja wer hätte auch anders erwartet abstand schlecht ist das gut um ja was gibt es zu sagen mal wieder ein episches fail üben 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 ja üben ja und ja was soll ich denn dazu sagen wir sehen uns bis dann nix jawohl bei der nächsten folge von let's play multiplayer battlefield 3 ja also bis zum nächsten mal ciao tschaui tschau 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 tschau